Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gewinnspiel. Wer meinen Kanal nicht kennt, ich bin Sebastian, das hier ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR und wer meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dem würde ich empfehlen, jetzt mal unten auf den Abonnier-Button drücken, dann Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es solche Videos hier gibt, egal ob Gameplay, News-Sendung, Hardware, Reviews und so weiter und so fort. Also hier werdet ihr immer informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. Und ja, ihr könnt heute den ProStrap gewinnen und das nicht nur für die Quest 2, sondern ihr könnt euch auswählen, für welche VR-Headset oder für welches VR-Headset ihr diesen ProStrap hier gewinnen wollt. Das gibt es einmal für die Quest 2, für die Quest 1, für die Rift S und für die HP Reverb G2. Also ja, ich kann das Teil nur empfehlen, ich möchte das gar nicht mehr missen und wer damit jetzt nichts anfangen kann, das ist halt eine Halterung für euren Controller, VR-Controller und ihr braucht den Controller nicht mehr festhalten, der hält an eurer Hand. Ich habe dazu bereits ein Review-Video gemacht, das werde ich oben in die Infobox packen und auch unten in die Beschreibung, also könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, da ist auch erklärt, wie das Ganze montiert wird und da gehe ich ein bisschen mehr ins Detail. Da zeige ich euch auch noch die MacTube-Halterung dafür, damit ihr das an dem Gunstop auch montieren könnt mit dem MacTube-Halter und das ist der Gunstop von ProTube mit dem ForceTube. Der ForceTube ist ein Gerät, was uns den Rückschlag, also den Recoil von einer Waffe simuliert und da habe ich auch ein Video zu gemacht, werde ich auch in die Infobox packen und in die Beschreibung. Da kommt hier die Platte, fährt immer raus, wenn wir den Trigger drücken und ja, gibt einen kleinen Schlag in die Schulter. Perfektes Teil, also mega, damit machen Shooter umso mehr Spaß. Also kann ich euch auch nur ans Herz legen, ist natürlich nicht ganz so günstig, aber ja, lohnt sich auf jeden Fall für Shooter-Fans. Ja Leute, und wenn ihr sonst irgendwelche Hardware bei ProTube kaufen möchtet, ihr habt das eventuell sowieso geplant, ich habe unten in der Beschreibung einen Affiliate-Link, würde ich mich freuen, wenn ihr den dann nutzen würdet. Ihr zahlt dann nicht mehr und ich bekomme dann irgendwann eine kleine Provision von ProTube, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das in Anspruch nehmen würdet. So, aber jetzt zum Gewinnspiel. Wie nehmt ihr daran teil? Also sind ein paar kleine Auflagen, die ihr erfüllen müsst und einmal müsst ihr natürlich unten in die Kommentare reinschreiben, dass ihr einmal die ProStrips gewinnen wollt, dass das aus dem Schriftstück hervorgeht, sage ich mal. Und dann, wie heißt der Kater hier? Das ist immer eine ganz gute Abfrage, damit ich auch weiß, haben die Leute auch mein Video hier geguckt. Wirklich? Oder sind die jetzt nur wegen dem Gewinnspiel hier? Und das bitte auch unter die Kommentare dann eintragen. Dann seid ihr schon mal dabei, aber dann noch eine kleine Hürde. Ihr müsst den ProTube-Twitter-Kanal oder dem ProTube-Instagram-Kanal folgen. Und das Ganze läuft nicht über mich nachher, wenn der Gewinner gezogen wurde oder die Gewinnerin, sondern das läuft alles über ProTube. Ihr müsst mir dann trotzdem die Kontaktdaten von euch schicken. Ja, Anrede, Name, Adresse brauche ich jetzt nicht. Das könnt ihr mit dem ProTube-Support dann machen. Aber eure E-Mail-Adresse brauche ich natürlich, damit der ProTube-Support mit euch in Kontakt treten kann. Und ja, natürlich können die nicht genau nachvollziehen, wer hat jetzt den Instagram- oder den Twitter-Kanal gefolgt. Kann sein, dass die das nachher abfragen. Deshalb sage ich das. Folgt doch bitte dem Twitter-Kanal von ProTube oder dem Instagram-Kanal. Ist natürlich für die auch sehr wichtig. Ja Leute, ihr könnt euch dann aussuchen, für welches Headset ihr das gewinnen möchtet. Wie gesagt, für die Quest, Quest 2, HP Reverb G2 oder die Rift-S sind diese ProStraps erhältlich. Und ja, könnt ihr euch dann überlegen, für welches Headset ihr das haben möchtet. Und ich kann die Teile nur empfehlen. Ich will die gar nicht mehr missen bei den Controllern hier. Echt genial. Man hat echt ein besseres Gefühl, als mit diesen komischen Schlaufen dran. Und die sitzen mega bequem. Kann man sehr schön anpassen hier. Und wie gesagt, alles Weitere seht ihr in meinem Review-Video, was ich verlinke. Da könnt ihr euch die Dinger nochmal genauer anschauen. Ja Leute, Einsendeschluss ist Donnerstag nächste Woche um 15 Uhr. Das ist glaube ich der 11.02.2021. Und ich werde es nochmal genau in die Beschreibung packen. Und ja, bis dahin müsst ihr unter die Kommentare reinschreiben, dass ihr mit daran teilnehmen wollt. Und dann seid ihr auch schon dabei. Und wie gesagt, ich werde die Dinger nicht versenden. Das läuft alles über ProTube ab. Aber die haben mir eine E-Mail geschrieben, ob ich hier eine Verlosung machen möchte für meine Community. Und da habe ich natürlich direkt zugesagt, warum sollte ich das nicht machen. Ich möchte natürlich euch auch was zurückgeben. Ihr supportet mich so mega genial. Also auch die Leute, die jetzt immer wieder Likes draufhauen, die meinen Kanal abonnieren, die Spenden raushauen. Also in letzter Zeit haben sehr viele Leute super geil gespendet. Also nochmal vielen, vielen Dank Leute dafür. Das pusht mich mega, freut mich mega, dass meine Arbeit hier gewürdigt wird. Weil es ist wirklich viel Arbeit und es geht sehr viel Zeit drauf, so einen Kanal zu betreiben. Und ja, schön, dass das dann gewürdigt wird. Und ja, das wollte ich nur nochmal loswerden. Und jetzt wünsche ich euch erstmal, ja, viel Erfolg beim Gewinnspiel. Wie gesagt, es gibt nur einen Gewinner. Ich werde nächste Woche dann einen Gewinner live ziehen. Das wird wahrscheinlich Donnerstag nächste Woche so um 17, 18 Uhr werden. Werde ich aber nochmal ankündigen. Und wenn es nicht zu viele sind, wenn jetzt 50 Leute mitmachen, werde ich wahrscheinlich keine normale Auslosung machen wie sonst. Dann nehme ich den Comment Picker. Aber ansonsten, wenn es sich im Rahmen hält, werde ich die per Hand auslosen. Wirklich. Und ja, ich hoffe, es machen genug Leute mit bei dem Gewinnspiel hier. Würde ich mich echt freuen. Wenn euch das natürlich gefällt, gerne Like drauf auf das Teil. Ihr könnt es natürlich in sozialen Medien auch mitteilen. Euren anderen Community-Leuten, sage ich mal. Und ja, ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020